Du warst ja bei Blockhaus, dem Geschäftsführer, ja, wenn ich da dann damals da hingegangen wäre, da hätte ich Angst bekommen. Warum? Das ist so eine Riesengröße. Und deswegen, irgendwann habe ich dann ein Buch gelesen von Frank Bedger und dort stand eben drin, in jeder Situation und in jeder Möglichkeit solltest du die Situation nutzen, wenn du vor Menschen sprechen kannst. Weil wenn du einmal vor Menschen sprichst, es kann ein Freundeskreis sein, es kann in deinem Fußballverein sein, es kann hier sein, dann verlernst du diese Angst. Du hast sie dann nicht mehr. Und wenn du dann auf einmal mit höheren Persönlichkeiten sprichst, ist es eigentlich ganz cool, weil du weißt ja wieder unbewusst, das funktioniert schon, ich habe schon vor viel mehr gesprochen.